Herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Tiere und Vögel sind sehr wertvolle Arten der Erde und aus vielen Gründen sind einige Arten vom Aussterben bedroht, so dass jede Regierung versucht sie in Stauseen oder Zoos zu retten. Aber es gibt einige Menschen, die ihren Verstand nicht benutzen und solche Tieren Schaden und auch Selbstärger verursachen. In diesem Video stelle ich dir die Top 10 dümmsten Menschen im Zoo vor. Ich habe recherchiert und etwas Erstaunliches herausgefunden. Ich hoffe, euch gefällt das Video und euer Allgemeinwissen wird erweitert. Zunächst einmal solltest du aber dies niemals in einem Zoo versuchen. Nummer 10 – Mädchen und Vau Beginnen wir mit Nummer 10. Vau ist ein sehr schöner Vogel. Seine eleganten Farben auf Federn machen ihn zu einem sehr schönen Geschäft der Erde. Und die Erhaltung solcher schöner Arten wird von jeder Regierung geschätzt. In China versuchte ein Mädchen ein Bild von einem Vau zu machen und schnappte es sich von seinen Federn. Dies war ein sehr schmerzhafter Moment für so einen schönen Vogel. Der Vater des Mädchens wurde durch diese Tat zur Fall gebracht. Ich verstehe auch nicht, warum einige dumme Menschen auf der Erde nicht denken, dass es nicht toll ist, Tiere zu schaden. Nummer 9 – Paar und Nilpferd Kommen wir zu Nummer 9. Einige dumme Menschen versuchen überall, ihren Namen zu schreiben. Sie finden es sehr gut und cool zu handeln. Eine solche Tat wurde in einem Zoo gesehen, wo ein Paar seinen Namen auf ein Nilpferd schrieb. Jeder kann es nicht verstehen, warum das Paar es für eine großartige Idee hielt, dort den Namen zu schreiben. Dies hätte ihn ernsthafte Probleme bereiten können. Später wurde mit Hilfe von Überwachungsaufnahmen das Paar gefunden und festgenommen. Nummer 8 – Schneebälle Wir kommen zu Nummer 8. Im Winter ist es sehr toll, Schneebälle aufeinander zu werfen. Aber in Kalifornien hat ein dummer Besucher einen Schneeball auf einen Löwen geworfen. Und alle anderen fingen genauso an. Das ist ein sehr demütigender und eine dumme Handlung von Menschen. Durch solche Aktionen werden Tiere verärgert und greifen Menschen an. Nummer 7 – Mensch gegen Jaguar Jetzt kommen wir zu Nummer 7. In Deutschland hat ein Mann versucht, ein Selfie mit einem Jaguar zu machen. Und es ist ihm zu nahe gekommen. Jaguar griff ihn an und verletzte ihn. Doch er hatte Glück. Die Behörden retteten ihn und schickten ihn ins Krankenhaus. Nummer 6 – Paar im Safari Park Kommen wir zu Nummer 6. Wann immer du in den Safari Park gehst, solltest du dein Auto nicht verlassen. Aber einige Leute folgen nicht gerne den Anweisungen ihres Führers. Ein französisches Paar in einem Safari Park hielt sein Auto an und versuchte, einen Sonnenbad zu genießen. Aber einige Tiger griffen sie an. Sie rannten so schnell zum Auto und überlebten. Sonst hätte der Tiger an diesem Tag ein gutes Mittagessen gehabt. Nummer 5 – Frau gegen Eisbär Kommen wir zu Nummer 5. In Berlin kam es zu einem Vorfall, bei dem eine Frau in den Eisbärkäfig fiel. Der Eisbär griff sie an und sie hatte ernstes Glück, dass sie überlebte. Sie stützte sich viele Male und kam letztendlich aus den Stausee heraus. Später erzählte sie, dass sie versucht hatte, eine Instagram-Rolle zu machen und unwissentlich ins Wasser fiel und von einem Eisbären angegriffen wurde. Sie wurde nach diesem Vorfall ins Krankenhaus eingeliefert und die Behörden erhöhten die Barrieren. Nummer 4 – Mensch und Panda Kommen wir zu Nummer 4. Pandas scheinen sehr süße und freundliche Tiere zu sein. Aber sie können ernsthafte Probleme verursachen, wenn sie sich in Gefahr fühlen. In einem Teil Chinas betrat ein Mann einen Panda-Käfig. Der Panda lag schweigend da und antwortete nicht. Der dumme Mann dachte daran, es zu berühren und es zu erraten. Anschließend griff der Panda ihn an und verletzte ihn ernsthaft. Irgendwie gelang es ihm, aus dem Käfig zu entkommen. Später, als man Nachforschungen gemacht hatte, wurde festgestellt, dass er mit seiner Freundin im Zoo war und sie beeindrucken wollte. Aber diese Tat brachte ihn ins Krankenhaus, anstatt zu einem Date zu gehen. Nummer 3 – Kind und Gorilla Wir kommen zu Nummer 3. Gorilla sind die mächtigsten und gefährlichsten Affenarten der Welt. In New Jersey schaffte es ein kleiner Junge in den Käfig des Gorillas. Er fiel innerhalb des Gorilla-Geheges auf den Betonboden und war dort bewusstlos. Die Gorilla kam in seiner Nähe und alle dachten, er würde den Jungen angreifen. Aber alle waren überrascht. Als der Gorilla in die Nähe des Jungen kam, beschützte er das Kind vor den anderen Gorillas. Nummer 2 – Mensch und Fisch Jetzt kommen wir zu Nummer 2. Das Leben im Meer ist sehr mysteriös. Manchmal ist es sehr freundlich und manchmal kann es auch schädlich sein. Denn man kann damit auch in Schwierigkeiten geraten. In Kolumbia ereignete sich ein Vorfall, bei dem ein Mann in wasservoller Haie sprang, was ihn in den Tod führen könnte. Außerdem genoss er es, einige Minuten dort zu schwimmen, bis die Behörden kamen und ihn rausholten. Es war sein Glück, dass die Haie nicht hungrig waren, sonst hätte die Behörden nur seine Knochen gefunden. Nummer 1 – Mensch und Löwen Kommen wir zum letzten Punkt Nummer 1. In Indien tat eine Person etwas, das alle entsetzte. Er sprang in die Höhle des Löwens, indem er über eine 10-Fuß-Barriere sprang und einen kleinen Wasserfluss überquerte. Da hat er nicht aufgehört. Er ging zu Löwen und linkte ihnen zu. Überraschenderweise haben die Löwen ihm nichts getan. Es war sein Glück, ansonsten lassen grausame Löwen nichts unverletzt. Später wurde er verhaftet und zu einer Gefängnisstrafe verurteilt. Es gibt sicherlich noch weitere dümmere Menschen. Sobald diese ebenfalls entdeckt werden, werde ich euch darüber informieren. In diesem Video habe ich dir jedoch die Top 10 der dümmsten Menschen im Zoo vorgestellt. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Jetzt kommen wir auch endlich zum Ende des Videos und das war alles über die schönen Tiere im Zoo. Ich hoffe, du hast etwas Neues gelernt und das ist eine bescheidene Bitte. Wenn du bei jedem Zoobesuch versuchst, nicht solche Dinge zu tun, die dich oder die Tiere in Schwierigkeiten bringen. Wenn dir das Video gefallen hat, dann gib dem Video ein Like und verlinke es weiter an deine Freunde und Familie. Vielen Dank, dass du das ganze Video angesehen hast. Wenn du an solchen weiteren informativen Videos interessiert bist, dann abonniere meinen Kanal, damit du keine neuen Videos mehr verpasst. Und bleib gesund und bis zum nächsten Mal.